Norddeutscher Rundfunk 2021 Entschuldigung, ich wollte nicht... also... Ich wollte... äh... Deine Haare sind so schön. Danke. Soll ich dir mein Geheimnis verraten? Ja, gerne. Einmal die Woche zwei Eigelb und Cognac vermischen. Damit wirst du die Haare. Eigelb und Cognac? Zwei Eigelb und auf jeden Fall richtigen Cognac. Probier ich bestimmt. Danke. Du brauchst gar nicht Danke sagen. Aber du kannst mir die Daumen drücken, ich hab gleich ein Bewerbungsgespräch. Daumen sind festgedrückt. Nächster! Ich bin übrigens Axel. Christiane! Danke. 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 Danke.